Auf dem Titelblatt stand Exemplar von Mademoiselle Hélène Baird und darunter beim Erwachen so milde das Licht und so schön dies lebendige Blau, Paul Valéry. Und Freude durchströmte mich, eine Freude, die im Einklang war mit der heiteren Sonne und dem reingewaschenen Himmelsblau über den wattigen Wolken. Ich bin zu Fuß nach Hause gegangen mit einem kleinen Triumphgefühl und dem Eindruck, dass im Grunde das Außergewöhnliche das Wirkliche war. Untertitelung des ZDF, 2020